Ja? 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 Ja, dann nehmen wir es wieder zu. Das ist auch schon alt und tattrig. Macht lieber als Herverein. Aber auch lieber als Herverein. Guck mal, zeig ein bisschen was, Doktor. Guck mal. Zange oder was? Soll ich keine Appelzei. Ist da aber nichts drin? Sogar noch stärker als Zange. Ja, die hat er schon mal auch. Was der Gang rein tut, muss normal im Standgas, weißt du, von der Scheibung her, gibt man den Impuls, dass der Gang rein geht. Und da ist so eine chronische Kupplung drin und da müssen solche Nute drin sein und die müssen das Öl verdrängen. Der Grasgeber will schnell von A nach B mit hohem Trainingseffekt. Dann nehme ich mein Speedbike. Wenn ich zum Äpfelsteher gehe, zwischen den Äpfelbeinen durch. Wobei uns da ist, da ist ein Spächer. Warum? Die Äpfel, egal was es ist, holen sie mit dem Rucksack, und sagt dann, er hat er mit. Und du? Das war ich auch. Einschränkte! So, Hölzer, Kabel auf! So, jetzt kommt der Fahrstrand noch. Hölzer! Besser Junge! Höl! Besser Junge! 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 Vielen Dank.